Dann stürzte das Gebäude in sich zusammen. Oh nein, nein! Dann war alles vorbei. Langsam legte sich der Staub und die Ponys krochen aus den Trümmern. Oh, Sunny. Aber Sunny war auf einmal nicht mehr traurig. Denn jetzt kannte sie die Lösung. Jetzt verstehe ich den Grund. Es sind nicht die Kristalle, die zusammengebracht werden müssen. Wir sind es. Wir können alles zurückbekommen, was verloren war. Aber es liegt an uns. Wir können getrennt bleiben, weil wir uns voreinander fürchten und uns misstrauen. Oder uns aber für die Freundschaft entscheiden. Und für die Liebe. Denn das ist wahre Magie. Die Ponys sahen sich an und lächelten. Ihre Angst voreinander war verschwunden. Sie hatten gemeinsam für das gleiche Ziel gekämpft. Und das hatte sie zusammengebracht. Und dann passierte es. Die Kristalle lösten sich aus den Trümmern und begannen zu leuchten. Was? Sie kreisten um Sunny und erhoben sich gemeinsam mit ihr in die Luft. Was? Ihr wuchsen goldene Flügel und ein strahlendes Einhorn. Dann fanden sie zusammen und ein Blitz aus Regenbogenfarben breitete sich bis zum Horizont aus. In dem Moment kam die Magie zurück. Wir können tatsächlich fliegen. Wow Sunny, sieh dich an. Wow, was? Ich glaub's ja selbst nicht. Also das nenn ich doch mein echtes Glow-Up. Seht doch. Wow. Alle Einhörner, Erdponys und Pegasus-Ponys wurden von ihr durchflutet. Du hast es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Alle zusammen. Toll, jetzt müssen wir uns nie wieder trennen. Für die Freundschaft. 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 Für die Freundschaft.